Wir kommen zu einem Plattformer. So, mal gucken, ob er das findet bei Twitch. Snowman saves Christmas. Kennt er sogar. Geil. So. Das sieht auch richtig schrottig aus, aber wer weiß, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. So, mal hier eben einstellen. So. So, da sind wir bei Snowman saves Christmas. Da kommen wir richtig in Stimmung. So. Darauf esse ich jetzt einen Dominostein. Kniesterknäuschen. Würde ich gerne. Kann leider gar nicht. Was machen wir leider? Guter Spiel. So. Reich von Lautstärke, ne? Wobei, 15% Lautstärke jetzt. Machen wir mal so. Okay. Ich würde gerne... Warte. Ich würde gerne übrigens, äh, Hard oder Insane spielen, aber es leider lockt. Man muss erst, äh, normal durchspielen, um Hard spielen zu dürfen. Und Insane kriegt man erst, wenn Hard durchgespielt hat. Deswegen, wir müssen es leider auch normal spielen. Es tut mir leid. So. Wir müssen uns auch beilen, denn oben links... Ähm... Läuft die Zeit ab. So. Es ist ein richtig, ähm... Wir flüchten sehr gut hoch. Ich weiß nicht, ob manche Sachen mir auch wehtun. Ähm... Müssen wir erst mal gucken, wie das hier läuft. Ich sag... Ich hab auch gesagt, es gibt nicht viele gute Weihnachtsgames, okay? Da kommen wir auch so nicht hoch. Atari Fields, ja. Aber wir müssen doch noch den hier holen, ne? Da. Guck mal. Auch ein sehr schönes Sounddesign. Können wir die mitzuholen? Nein. Schade. Oh, ihr wisst auch nicht gut zum Springen, ne? Also, man kann nicht gut hoch springen. Man kann nur so die Leitern hochlatschen. Und dann liegen wir plötzlich nichts. Guck mal, da ist wer. Der guckt uns an. Ich glaub, das ist sehr böse. Das, ähm... Es gibt Spiele, da, da, äh, 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 verblendern wir wahrscheinlich mehr Zeit als hier. So. Level 2. Oh, mein Lieblings-Weihnachtslied. Truthähne als... Die tun es bestimmt. Ah. Ich kann sagen, die tun uns bestimmt weh. In dem Moment war ich schon tot. Läuft. Kann ich denn da drüber? Ja. Okay. Qualität der Weihnachts-Games-Strike mit jedem Zinfen. Sehr gefällige True-Tainer. Bestes Weihnachtslied. Boah, voll gefährlich hier. Boah, dafür auch drei Kugeln. Joink. Die Steuerung ist so schlimm, ne? Wir floaten auch, muss ich ganz langsam runter. Irgendwann werde ich bestimmt wieder zu hochmütig hier und dann sterbe ich. Die, 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 die. Der im Turkeys steht recht so hoch. Ha. So. Gucken wir mal, wie lang wir es aushalten, ohne... Ohne geistigen Schaden davon zu tragen. Oh, 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 ich dachte schon, das geht jetzt ganz unten. Das wäre jetzt kontraproduktiv gewesen. Nein, ich komme nicht hoch genug. Leap of faith. Oh, mies. Christmas is cancelled. Okay, die True-Tainer wollen auf jeden Fall Weihnachten absagen. Das verstehe ich schon ein bisschen. Ich komme doch nicht hoch genug. Deine Mutter. Voll schwierig. Oh Gott. Was ist denn mit dem und Leitern? Lieber faith, okay. Ich wurde gestorben. Wie soll man denn? Man kann das nicht holen, man stirbt dann. Lieber faith. Ha, lol. Loser. Voll gemein. Ja gut, wenn das Schild auch aufgestellt wurde von den, äh... Ne? Von den Truth-Hähnen. Als letztes holen. Ach ja, stimmt. Dann geht das. Hast recht. Hast recht. Wie mies, ey. Stimmt, man muss ja nicht rechts oben durchlaufen. Ich bin so gewohnt, dass man nach rechts oben raus muss, ne? Ah, da ist einer. Der ist nicht gesprungen. Ich habe gedrückt. Ich bin ein guter Verlierer. Aber wenn das nicht clipworthy ist, weiß ich nicht. Nochmal, ne? Ähm... So. Das ist nur, weil die Steuerung so beschissen ist. Ist so. Das ist wirklich grauenvoll. Aber, ja. Nicht so einfach, wie man denkt. Ich bin so. Im Wissen träge ich meine Lieblingsmusik wieder. Überall läufst du? Überall läufst du? Ah! Damn, Turkey. Okay, wir haben auch eine riesige Hitbox, leider. Der ist schon wieder nicht gesprungen in der Mutter! Weihnachten, das Fest der Ruhe und Liebe. Das ist schon auch richtig gut an, wenn ich einfach anfange zu schreien ohne Stimme. Geh ich immer erst hier lang und dann hoch. Entscheuert. Noch mehr Gefahren und so. Kann mich darauf verlassen, dass der vernünftig springt. Ha. Wir sind zurück. Wir schaffen das. Diesmal schaffen wir das. runter kommen uns nämlich ganz zu nahe wenn wir da oben sind berühren uns nicht aber wir sterben trotzdem nein das spiel spring doch mal warum flutscht du leitern hoch du kannst nicht springen warum das macht null sinn leitern alle eingeölt oder was wirklich eine angst vor ich muss mitlaufen ja das macht ja sinn steht denn da oben ist das leben online ich bin am leben vorbei gelaufen das müssen wir holen werden wir dabei sterben ja ja schon gesehen schon gesehen und mit lauf mit der plattform weil ich wollte eigentlich leider hoch never mind ja das ist wunderschön es steuerung ist auch ein traum das ist die hölle da ist es auch nichts mehr weil ich sehe oder so jetzt 20 punkte 20.000 punkte oh gott ab hier wird es aber unschönen wir müssen auch mit der plattform mit laufen weil das geht nicht mehr runter von alleine das geht nicht mehr runter jetzt komme ich da nicht mehr das geht aber nicht mehr runter jetzt komme ich da nicht mehr durch ich kann mich nicht wahr ich muss mich in die tiefe stürzen weil ich sonst nirgendwo mehr hinkomme ist ja richtig gut auf ein neues diesmal war es war das spiel schuld diesmal schon muss ich das ja richtig hoch machen damit ich dann auch gleich noch durchkomme ich wollte ja auch immer mal ein spiel entwickeln aber ich entwickle lieber gar kein spiel als sowas hier ich kriege schon schwitzige hände so weit ist es schon oh gott ist das furchtbar klutsch ja hier wird es lustig wie soll ich denn da drüber kommen oh gott das ist doch voll eng hier ich werde doch alles ich bin Oh, die geht nur runter. Okay. Gewacht. So schön. Habe ich da plötzlich Anzeichen von Skill wahrgenommen? Musste ich verguckt haben. So. Oh, okay, das bildet sich. Wusste ich? Okay. Wir spielen das oft normal, ja? Es gibt auch noch hart und insane. Ich habe sehr Angst vor diesen Dingen. Aber schön mit dieser Musik, so schön. Oder Schnee, der ist so ablenkend, ne? Oh Gott, ey. Oh Gott, der scheiß Trudan. Wie soll ich denn da rüberkommen, da links? Trudan! So. Boah, das hätte war hart, da rüber zu sprengen. Ruf. Der geht nicht so weit, ne? Ja, jetzt schon. Geht nur der hoch? Ja. Scheiße, so eine Trudan. Okay, geht der Gans? Warte. Let's erwarten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Jetzt warte ich mal eben, ob der Gans rüber geht. Ich komme ja gar nicht über den, glaube ich, ne? Ich kann gar nicht hoch genug springen. Bis wohin geht der oben? Okay, muss ich echt warten. Okay, gut. Scheiße, der Rest hat so gut geklappt. Fick. Ah, wenn man so alte Leute vor sich hat, ne? Die mit Rollator oder so. Vorher konnte ich über die drüber glitschen, jetzt nicht? Okay, gut. Okay, merke ich mir, ist in Ordnung. Ist okay. Ist nicht schlimm. Sie haben ja genug Leben, ne? Entschuldigen Sie, können Sie ein bisschen schneller laufen. Ich bin hier in Gefahr. Okay, also wirklich nur drüber glitschen. Nicht irgendwie, dass man noch den Kopf vernünftig berührt. Okay, well. Okay. Hände abtrocknen. Nein, das war nicht weit genug. Scheiße, ich bin zu früh abgesprochen. Ich bin zu früh. Na fuck, ey. Ich kann nirgendwo hin dann, ey. Eigentlich ist das Level gar nicht so schwierig. Ich bin zu dumm, wer. So viel zu den Skills, ne? Nein, es macht schon eklig viel Spaß dafür, dass es beschissen ist. Gut, hier sind wir zu langsam. So. war genau so schnell wie vorhin mir ist von der steuerung ja gut vielleicht sterben wir auch einfach in diesem level dauerhaft schon gut dass die musik okay ist jetzt noch eine beschissene musik der vorbei aber somit christmas tradition traditionals kriegt man nicht okay so ja so und wenn wir hierhin kommen dann haben wir immer noch ein leben wieder das ganz gut und bin ich wo ich kann mir darunter gefordert auch fein lieben und geschenke ich kann nicht die kette durch oder safe hier okay super net not safe not safe okay okay ich kann durch die kette durch das ist gut zu wissen ich kann nicht hoch verarschen vielleicht von hier ne Oh, ja doch, okay, nur wenn man sich hochglitscht, okay. Da kann man nur runterfallen. Okay. Ai, 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 ai. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Was ist das da links? Ist das gut? Jetpack. Jetpack, geil. Okay, läuft. Hält das dauerhaft? Ui, da war... Oh, da ist man angeben, okay. Nein, scheiße, 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 ich war zu langsam. Fuck. Das machte unnormal viel Spaß. Das war knapp, aber ist okay. Oh, fuck. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ja, 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 never mind. Ah, nee, geht nicht. Wo bin ich denn vorhin stehen geblieben? Ob ich nur... Nee, durchgerannt konnte ich auch nicht sein. Ich glaube, als es rumkam, bin ich erst gesprungen, ne? Hm, ärgerlich. Ärgerlich. Wie ist das Leben für Leute, die ein vernünftiges Gedächtnis haben? Hm. Warten wir. So, so. So, so haben wir das vorhin gemacht. Oh, komm mal hoch. Oh, man glitscht da auch mehr hoch als alles andere, ne? Ey. Ja, ist sehr gut gesprungen, Kollege. Vielleicht mal nicht, was erwarte ich von einem Schneemann, ne? So. Oh. Ja, ich bin ein bisschen sehr lahm, aber es wird so lustig. Scheiße. Direkt vor dem Leben. Vor dem Leben. Kacke. Scheiße. Ich habe ihn nicht gut hingeguckt. Ah. Nein. Unschön. Oh, ich bin jetzt ein zu früh. So. So. Oh, wie ärgerlich. Nein, nein, nein. Geh doch. Oh Gott. Ich werde nicht mal alles von vorne machen müssen. Aber ich möchte trotzdem so weit kommen wie geht. Mein Ehrgeiz und so. Es ist an sich so schlecht, aber es macht so Spaß. Ich muss in diesem Level kommen. Also nicht sinken. Also nicht sinken. Das ist nicht so einfach. So, runter. Ja, okay. Scheiße. Wir fallen so langsam, ey. Kacke. Okay, noch finde ich die Musik gut. Ich mag Nusssnacker sehr gerne. Noch. Ich frage mich, mit welchem Gas ist der Schneemann gefüllt, so langsam wie der fällt. Ja. Allgemein. Sehr seltsames Objekt. Ich meine, ich wusste, was mich erwartet. Ich habe die Screenshots gesehen, aber trotzdem. Aber hinten rechts mit dem Jetpack. Der Jetpack ist, das Jetpack ist richtig schwierig tatsächlich. Weil man schon sehr langsam nur lenken kann auch. Ich überlege, ob ich lieber von rechts da komme. Nein. Okay. Nein. Fuck, Alter. Immer so close, ey. Okay, das war nur dumm. Das war einfach nur überstürzt. Ah, ich möchte das Level schaffen. Mann, wir hatten so viele Leben. Und, naja, es wird halt doch so viel schwieriger, das Spiel, glaube ich. Wie ist das denn, Normal-Modus, ey. Ruf. So, du musst erst mal rum. Ah. Mann, 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 Mann. Es ist gar nicht, wie teuer das Spiel war. Euro oder so, keine Ahnung. Euro, zwei Euro. Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, super lustig. Kein Problem, spiele ich den Normal-Modus durch, damit ich hart spielen kann. Hm, ja. So, ich weiß es nicht. Geht back. Dass die zwei dann zusammen sind. Das ist das Heftige, ey. Und weil die auch nicht Sink sind. Hm. Das ist richtig schwierig, also für mich. Anderes ist es vielleicht super leicht, für mich nicht. Wir sind das Leben wieder geholt, das ist schon mal wichtig. Nein, 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 fuck, der kriegt mich am Rand noch, scheiße. Wir schaffen das. Ich würde ja gerne sagen, wenn es das letzte ist, was ich heute tue, aber das ist ein bisschen zu gefährlich, die Aussage. Wir haben noch drei andere Games vor uns, die müssen ja auch noch passiert werden. Oh, meine Hände sind so schwitzig. In zwei oberen Pendeln bist du auf der Platzform mit den Kugeln sicher. Sicher? Jo, stimmt. Hast recht. Hast du recht. Ja. Ich hoffe, das Spiel sieht das auch so. Aber da muss man auch erstmal hinkommen. Ich hab nicht immer. Nein, Nina. Mach eine Ruhe. Du hast Zeit. Noch zwei Leben. Ich hab nehm mal ein bisschen zufrieden. Ich habe keine Ruhe. Ich hab ihn auf dem Weg gebraucht. Ich bin es im Inneren. 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 Ah, das ist richtig fies, da oben. Es ist nicht einfach. Dafür wird unser mehr gefeiert, wenn wir es schaffen, ne? Ne? Und ihr alle nur so, falls, nicht wenn, falls. Oh, 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 oh. Warst du immer so komisch getimed, die beiden? Okay, schauen wir mal. Ja, okay, gut. Well. Hast du da den Skipper? Ich bin ich auch erstmal safe. Ah, so weit waren wir halt schon mal, das heißt nix, ne? Sing schneller. Ja! Ja! Ja, das wird dann wohl das letzte Level, ne? Oh, das war's schon. Oh, nice. Nett. Das ist nicht so nett. Okay, die bewegen sich wesentlich. Okay. Noch nicht. Die schon. Those blades look fast. Jetpack? Out of fuel? Ja, anscheinend. Kein Jetpack. Oh, die kommen von der linken Seite. Oh, ey, 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 wie soll ich denn da... Boah, Kinas. Läuft bei euch. Du musst da ganz links runter. Heftig. Und die kommen aber von links. Wie mies. Wie soll ich da denn gehen? Guck mal, wie langsam man sinkt. Ich kann das auch nicht berechnen, wie schnell, wie langsam wir sinken. Uff. Ich kann ja auch nicht großartig hier stehen bleiben, weil die Dinger bis zum Schluss gehen, ey. Oi, 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 oi. Äh, ich springe viel zu lange. Ich kann die gar nicht holen. Okay, ich hol die später. Ich will erst mal hier runter. Äh. Fuck, Alter. Ein Leben, wie schön. Hä? Ach, man braucht die anderen nicht. Oh. Man braucht die Kugeln gar nicht. Ah, das muss man natürlich wissen, ne? Man braucht nur die Geschenke. Ich dachte, man bräuchte alles. Oh, mein Leihilfe. A Misery. What a lie. Doing. Doing. Slow time. Hm, okay. Ja, es trifft sich hier nicht so gut. Boah, ich komme immer da an, wenn gerade einer ankommt. Das ist aber schlecht. Jetzt aber. Die sicheln da oben sehen auch richtig schön aus. Ich muss noch nicht warten, wenn der nächste kommt. Was? Oh, geht das hier? Was? Abgelaufen? Du, warum? Hat das einen Cooldown? Ich kann das nämlich jetzt nicht mehr nutzen. Geht das nur bis zu dem Schild? Aber warum? Slowdown Ende sollte dann da stehen. Voll mies. Okay, hier werden wir wahrscheinlich kreppieren, ne? Oh, da unten ist ein Truthahn. Oh, nö. Und warum blinkt das da rechts und links? Oh, toll. Da kommen Truthähne raus. Ja, ist ja richtig verloren. Das werden ja jetzt immer mehr. Na, wundervoll. Find the secret. Secret dich gefunden. Ja, wunderbar. Du? Brauch nur die Geschenke. Brauch nur die Geschenke. Das haben wir gelernt. Scheiß Drutern! Ah, jetzt ist da noch einer. Das ist sehr schön. Das Jetpack haben wir jetzt schon? Nein. Wo ist das Jetpack? Da oben rechts. Wollte ich verarschen? Ah, nein, nein, nein. Ich dachte, ich könnte das selber steuern, weil ich springe. Okay, nein, nein. Nein! Okay. Wir sind um mein Leben. Okay. Ich will... Ja. Ich will ich. Ja. Jetpack. Oh, ja, sehr spaßig. Geh erstmal, wohin, wo ich sicher bin. So. Oh, bin ich ja nicht. Weil ich ja nicht mitlaufe. Mein Fehler. Bin ich hier sicher? Nein. Hier bin ich sicher. Okay. So. Oh, je. Geht's mit dem Streamen dann? Boah, ist der schnell, ey. Boah, kann der, wenn der runterkommt? Komm mal runter, Junge. Ja, Wolloh. Wenn's mit stehenden Plattformen zu einfach ist. Klar geht. Ich hoffe, ich bin nicht so async. Leap of Faith auch nicht schon wieder. Wo ist denn der Leap of Faith? Na, da unten rechts, oder was? Wir holen uns erstmal das Leben. Oder auch nicht? Du. Komm ja auch nicht weit mit. Hallo. Du. Da komm ich... Wo soll ich denn da mit hin? Ich verarschen? Da komm ich nirgendwo mit hin. Ähm. Du. Da hin komm ich nur. Toll. Und nu? Und nu? Und nu? Dong? Ja, Dong, wohin? Dong? Nach ganz rechts? Das wird uns jetzt das Leben kosten. Ne? Ficker, ey. Oh, 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 oh. Uäh! Nu, 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 nu. So. Boah, das Spiel ist so ein Arschloch-Spiel einfach. Nein, 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 nein. Toll. Das Spiel resetet sich dann leider nicht. Das heißt, ich muss mich jetzt in den Tod stürzen. Weil... es nicht mehr geht. Du. Das halt... Na, deine Mutter. Absichtlich sterben müssen ist schlimm. Du. Du. Ich muss mal mitlaufen. Was ist das denn? Das ist eine komische Plattform. Boah, wenn ich jetzt da oben hingucke, dann wird man richtig schwummerig mit dem ganzen Schnee. Ja, das ist das. Ja, das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Okay. Ich will also be 결nen. So. Aber wie soll ich denn da rechts hin gehen? So, das Ding springt, er geht bestimmt hoch, ne? Ja, ich bin bestimmt gut getimed. Oh. Akias. Ja, schade. Ich komme nur nie wieder raus, aber ist okay. Was denn, ist doch voll schön. Ja, da bin ich da oben nicht vernünftig. Ah doch, wir kommen raus, okay. Ich will das Geschenk haben, das brauche ich. Okay, bin ich safe? Bin ich hier safe? Ja. Du bist da. 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 Aber ist egal. Du bist da. Du hast hier gedacht, eine dicke Kugel. Der geht.. AHHHHH. Oh, shit, das ist nicht gut, das ist nicht gut, aah, okay. Muss man bald auf Dauer sterben, wir müssen uns ja nochmal abbrechen, das ist doch zu spät. Ich meine, ja, ich kann ein bisschen die Puppen machen, aber ihr wollt vielleicht nicht ein bisschen die Puppen machen. Ich komme noch nicht durch, vielleicht da oben links drüber? Da kann ich nicht drüber, oder? Das ist jetzt ungünstig. Scheiße, sollte das hier gehen? Ich kann ja auch nicht zur Seite durch. Das ist ungünstig. Es geht ja auch nicht weiter hoch, also schon, aber das bringt mir ja nicht viel. Das pass ich nämlich trotzdem nicht durch. Ähm, und nun? Tot. Hä? Ich check's nicht. Der hat mich angelogen, oder? Mit dem First Go hier. Man kommt ja nicht zurück. Das ist einfach eine Lüge. Ich hab denen vertraut. Ich hab den scheiß Fücher vertraut. Warum hab ich das getan? Ich hab den... Den... Den Devs vertraut. In diesem Spiel. Dumm. Let's go here my ass. Let's go here my ass. So, jetzt haben wir nämlich hier alles gesammelt. Und jetzt können wir da holen. Die Stange ist mir arschegal, ey. Gott. Fieses Spiel. Fies. Ganz fies. Trotzdem sind wir schon Level 14 oder so? Egal, wie fies ist es schon... Schon lustig. Geld verdraut. Nein, nein. So, jetzt haben wir Level 14. Oh, mein Lieblingsliebe. Nice. Wo sind wir? Da sind wir. You die here snowman. Okay, ja. Ich brauch mir irgendwo ein Jetpack. Oder ne, die Plattform geht bestimmt hoch. Ah, da ist ein Leben. Wie fies. Ja, nun. Oh, das nimmt Leben. Vielleicht lassen wir das. Das ist schon sehr fies. Boah, sind auch schon zwei... Gute Hähne. Wir sind sehr langsam im Fallen, ist das Problem. Deswegen kommen wir nicht so gut vorwärts. Oh, mit Truthahn drauf. Wird sich verarschen? So. Okay. Simple, simple, simple. Ja, klar, easy. Easy. Hat ja auch total viel mit Zeit abpassen zu tun, letztendlich. Eieieiei, rieber. Eieiei, ganz verstand. Okay, simple, simple, simple. Total simple. Weiß gar nicht, was ihr habt. Slow-Mo wieder. Slow-Mo gilt ja nicht für immer wieder, ihr Pisser. Slow-Time. Oh, weiter komm ich nicht. Also, belastend. Belastend. Hier trifft wieder was nix, ne? Oh, da ist das Jetpack, okay. Jetpack. Oh mein Gott. Ho 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 ho. Kenas. Ich bin gar nicht so schlecht in dem Spiel, okay? Müssen wir irgendwann aufhören? Ich komme hier nirgendwo hoch. Ja, hab ich jetzt schon verloren. Komm ich jetzt nicht mehr hoch. Oh, das ist doch scheiße, wenn das nicht weiß, wo ja. Töten wir uns halt. Oder auch nicht. So. Komme ich halt nicht mehr hoch, ne? Oh, du bist so langsam. Ich bin zu gut. Oh, look at the size of that turkey. Oh mein Gott. Okay, das Spiel enttäuscht mich. Das ist schon super lustig, ne? Oh, muss ich etwas am Arsch geben? Du. Haha. Meins. Okay. Muss ich gleich drüber sprengen. Du? Du? Das ist so tof. Das ist schwierig. Okay. Du? 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 Boah, jetzt leben wir doch noch mit. Yoink. Du hast doch was am Arsch geben, mein Freund. Drei turkeys, ey. Wir springen halt viel zu langsam dafür. Kommen wir. Juuuuuuuun. Okay. Okay, da habe ich gesagt, da muss ich jetzt aufhören, ne? Ach komm, eins noch. Eat chicken and pork. Ah, okay, da sind wir zu lange dafür. Bis 20, ja, okay. Ah, komm ich auch nicht mehr hoch, glaube ich jetzt, ne? Ah, ärgerlich. Das sind so Sachen, die sinken? Nö. Nö? Okay. I don't get it. Und nun? Da sinkt ja nichts. Oh, 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 okay. Wir machen jetzt sowas, okay. Ja gut. Oh, das ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Wurde vermutlich nicht vermisst. Ja gut, die meisten Leute sind irgendwann im Lurk und dann zwinge ich ja niemanden zu schreiben. War freundlich. Jetzt ist es wieder da. Ja, ist, ähm, ja, nun. Ich habe noch nie in meinem Leben Angry Birds gespielt, aber ja, da kippten dann Sachen um, ne? Ja, es ist leider nicht so gut umgekippt für uns. Wir kommen sowieso nicht mehr oben hin. Aber wir können uns doch nicht mehr umbringen, oder? Ich glaube, das ist der Moment, wo man aufhören sollte, oder? Ah, doch, ich kann mich umbringen, ne. Doch. Okay. Ich denke, das ist okay. So, das, äh, ne? Weil, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir sind bei Level 18, 19, keine Ahnung. Es war sehr gut. Wir hören auf, weil wir sonst nie aufhören, weil wir sonst durchspielen. Das geht natürlich nicht. Hat unverhältnismäßig viel Spaß gemacht. Äh, Snowman saves Christmas. Ich weiß nicht, inwiefern ist Christmas saved, aber ich guck mal nach, wie teuer das ist. Ja, 19. Äh, Snowman. Kostet 56 Cent. Okay. Das Spiel kostet 56 Cent. Ähm. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das ist kein schlechter Plattformer. So, das, 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 das reicht jetzt auch? Okay, gut.